Die Sendung wurde live untertitelt. Sie war viel dicker als du. Aber nicht so hübsch. Was willst du, kleiner Reiter? Malgross, der Schänder. Für dein Komplott mit Lucifer, deine unzähligen Verbrechen gegen die Schöpfung und auf Befehl des Rats, verurteile ich dich hiermit zum Tod. Du kommst zu mir. Allein. Bedrohst mich. Und glaubst, du spazierst einfach wieder hier raus. Äh, klingt witzig, wenn du es so sagst. Ich zähle jetzt bis drei. Wenn du da noch hier stehst, werde ich deinen Leichnam auf Arten schenden, die du dir nicht einmal ausmalen kannst. Und die Reste an meine Jungs verfüttern. Sie lebend wäre Fleisch. Ach, eins. Zwei, drei! Tut mir leid. Wir sind in Eile. Oh, und, äh, ich bin nicht allein. Ihr stinkt es nach Verderbnis. Lass uns trocken bleiben. Diese Säure verätzt mir sonst die Stiefel. Lass uns trocken bleiben. Diese Säure verächtzen wir. Verräscht uns! Das war's für heute. Verdammt, schtick! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das könnte ich den ganzen Tag tun. Das war's für heute. 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 Und wenn wir wegenherr Häuser trat, das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich weiß für heute believe. Ich weiß´n nicht nur wenigen an DIEHLagens. Erinnerungen an Eden. Wir taten, was nötig war. Ich wünschte, dass Cam überzeugen darüber. Es war falsch, von Nephilim Eden anzugreifen, schon klar. Aber sie auszulöschen, kommt schon. Der Rat hat versagt. Oder er hatte andere Gründe, uns zu vernichten. Pass auf, was du laut aussprichst. Der Rat hat Augen und Ohren überall. Du scheinst mir nicht zu widersprechen. Darüber können wir reden, wenn wir Belial erledigt haben. Ja, zurück auf Kurs. Für das Gleichgewicht, richtig? Belials Anhänger. Narren. Wir werden sie niedermähen. Gut, die Stille war nicht zu ertragen. Gegen Stille hilft das Klirren von Stahl. Ja, ich liebe es. So gefällt mir das. Das ist mich fast. In euer Blut. Und Blut ist Leben. Ja. Ja. Und in Dräck. Und in Dräck. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.